Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich Gipskarton streichen und somit natürlich die Riehgipsplatten, egal ob an der Wand oder auch an der Decke, richtig malern kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Im Wohnbereich sollten wir am besten unsere Gipskartonplatte mal auf Qualitätsstufe Q4 verspachteln, bedeutet unsere Wand bzw. Decke wird vollflächig verspachteln und dadurch haben wir natürlich auch wirklich eine sehr einheitliche Oberfläche. Bei mir im Keller habe ich das Ganze jetzt aber einfach mal zweimal gespachtelt und wirklich sauber geschliffen, dass hier fast keine Übergänge mehr vorhanden sind. Bevor wir mit dem Streichen beginnen, würde ich die Fläche auf jeden Fall mal noch mit tiefem Grund bearbeiten. Hierfür habe ich natürlich auch schon ein ausführliches Video auf meinem Kanal und das Ganze hat einfach den Vorteil, dass zum einen mal der Staub auf unsere Gipskartonplatte gebunden wird. Der stört uns beim Streichen also nicht und alle Flächen sind dann anschließend auch wirklich gleichmäßig saugen. Würden wir das Ganze nämlich nicht mit tiefem Grund bearbeiten, dann haben wir nach dem Streichen relativ sicher überall solche unschönen Flecken. Was die richtige Farbe für solche Gipskartonplatten angeht, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen von Fachexperten. Und normalerweise kann man aber sagen, dass eigentlich fast jede Farbe für diese Riehgipsplatten funktioniert. Sicherheitshalber würde ich immer mal noch in den Datenblättern bzw. auch beim Hersteller nachschauen bzw. nachfragen. Außer wirklich reine Silikatfarbe und auch reine Latexfarbe, denn dadurch haben wir einfach das Problem, zum Beispiel in Feuchträumen vor allem, dass diese eine Schutzschicht über unsere Gipskartonplatte drüber geben. Bedeutet einfach, die Gipskartonplatten können jetzt die Feuchtigkeit nicht mehr richtig aufnehmen und die Feuchtigkeit auch nicht mehr richtig in den Raum abgeben, was natürlich normalerweise ein toller Effekt für das Raumklima ist. Und das möchten wir natürlich auf keinen Fall haben. Jetzt aber genug zur Theorie. Zuerst einmal sollten wir unsere Farbe auf jeden Fall mit einem sauberen Pinsel bzw. auch mit so einem sauberen Quirl ordentlich auf nicht allzu schnelle Stufe vermischen. Wenn das passt, würde ich zuerst einmal eine kleine Rolle verwenden, denn normalerweise haben wir natürlich auch überall irgendwelche Ecken. Und die können wir jetzt nämlich mit der kleinen Rolle ganz einfach einmal schon entsprechend vorstreichen. Wichtig ist, man sollte auf jeden Fall auch genug Farbe auftragen. Wenn wir alle Ecken vorgestrichen haben, würde ich danach auf jeden Fall zur großen Rolle übergehen. Hier können wir natürlich auch je nach Belieben eine Teleskopstange und mit dranhängen. Und ich bin persönlich ein großer Fan von so einem Gitter, was man anschließend auch in den Eimer reingeben kann und dann natürlich auch die Farbe noch einmal etwas besser verteilen kann. Wie gesagt, sollte man auf jeden Fall genug Farbe verwenden. Also lieber einmal zu oft in den Eimer getunkt als einmal zu wenig. Und als kleinen Tipp noch, bitte wirklich unbedingt immer in eine Richtung malen. Bedeutet, wir sollten nicht jetzt irgendwie quer hier durchgehen, da wir natürlich am Ende auch irgendwelche Streifen erkennen würden. Und das machen wir jetzt einfach mal über unsere ganze Fläche, bis wir natürlich auch fertig sind. Bei einer hochwertigen Farbe reicht es normalerweise aus. Wenn wir wirklich hier das Ganze einmal streichen, dann sollte die Fläche schön in einem Farbton sein. Natürlich sollten wir am Ende einfach doch einmal noch drüber schauen. Nicht, dass hier irgendwo noch ein paar Flecken durchschauen, wie bei mir zum Beispiel ein paar grüne imprägnierte Stellen. Denn dann sollten wir am Ende, wenn das Ganze getrocknet ist, vielleicht noch einmal ein zweites Mal drüber streichen. Und somit haben wir jetzt auch schon Gipskarton richtig gestrichen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Wandfarbe, Tiefengrund, Rolle in groß bzw. klein oder natürlich auch so eine Teleskopstange hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.